Wir hier in der Lyssen-Klinik machen über 700 Brustvergrössungen pro Jahr und Tendenzen sogar steigend. Und mit dieser Anzahl gehören wir europaweit zu den Kliniken, die am meisten machen. Aber das reicht uns nicht, weil schlussendlich wollen sie nicht nur 529 sein, sondern sie wollen die beste Qualität. Und das hat uns bewogen, einen Schritt weiterzugehen. Das hat uns bewogen, unser Leistungsversprechen zu definieren und ihnen zu präsentieren, damit sie wissen, warum sie zu uns kommen und was sie von uns haben. Unser Leistungsversprechen beinhaltet verschiedene Gesichtspunkte. Und es geht darum, ihnen die Sicherheit zu geben, dass sie bei uns gut aufgehoben sind. Einerseits in unserer Erfahrung mit über 700 Brustvergrössungen im Jahr wissen wir natürlich, wer man wie operieren muss, damit man das Resultat erwarten kann, das wir ihnen auch versprechen. Und unsere lange Erfahrung zieht natürlich andere Sachen mit sich. Positiv. Das eine ist unser Markenzeichen, die absolut kleine Narben, die wir machen. Dann den Dämmerschlaf, den wir entwickelt haben, dass sie keine Vollnarkose brauchen, dass sie die ganzen Risiken nicht haben von einer Vollnarkose und sofort wieder fit sind, keine Übelkeit und am gleichen Tag wieder zu Hause können. Das sind die qualitativen Gesichtspunkte. Und jetzt, obwohl wir durch so eine Erfahrung haben, können wir ihn nicht zaubern. Der Mensch ist ein Stück Natur. Das bedeutet, man weiss nie genau, welcher Körper sich wie verhalten auf ein Implantat, auf eine Naht, auf eine Vernarbung. Es kann sein, dass das Resultat nach sechs Wochen perfekt aussehen und nach einem halben Jahr plötzlich sich das irgendwie etwas verändert, wie man sich das nicht gewünscht hat. Sie aber zahlen viel Geld. Sie fühlen sich einen Traum erfüllen und wollen am Schluss aber das Resultat, wo wir zufrieden sind. Schliesslich kommen sie zu uns und wollen von A nach B kommen. B sind dort, wo wir glücklich sind. Und wir geben mit ihnen den Umweg, falls es braucht. Das heisst, im ersten Jahr, wenn es ästhetische Korrektur braucht, machen wir das kostenlos. Die richtige Implantatgrösse zu finden, ist für viele nicht so einfach. Weil sie haben Angst, dass andere sehen können, dass es zu auffällig ist. Und darum gibt es viele, die im Nachhinein denken, hätte ich es doch noch grösser gemacht. Wir wollen ihnen helfen dabei. ihnen helfen, ein bisschen mutiger zu sein bei dieser Entscheidung. Und darum bieten wir ihnen das an, dass im ersten Jahr, falls sie das Gefühl haben, die Implantate sind zu gross, würden wir gratis kleiner rein tun. Bereits die beiden Punkte sind einzigartig in Europa. Ich kenne keine Klinik bis jetzt, wo sie etwas auch anbieten. Und das ist auch unsere Erfahrung. Wir haben viele, die es im Ausland gemacht haben. Die kommen über Presstexperte zu uns. Und am Schluss haben sie mehr gezahlt, als am Anfang. Sie haben zwar zuerst eine günstige Brustvergrössung bekommen, aber nachher wird die Korrektur teurer, als wenn sie direkt hier in der Schweiz gemacht hätten. Und das ist wichtig. Schauen Sie auf die Leistungsversprechen, wenn Sie in andere Kliniken gehen. Wie wird das dort gehandhabt? Wie wird es gehandhabt, wenn etwas korrigiert werden muss? Wie wird es gehandhabt, wenn die Implantate zu gross sind? Das sind wichtige Punkte, die man am Anfang leider häufig vergisst. Ein Brustimplantat ist ein fremder Körper. Und darum kann es natürlich das ganze Leben sein, dass es Komplikationen gibt. Es ist selten. Aber wenn es passiert, dann kostet es wieder Tausende von Franken, das zu korrigieren. Das ist zum Beispiel der Fall bei einer Kapselfibrose oder wenn ein Implantat irgendwann nicht mehr intakt sein sollte. Um Sie aber zu schützen von diesen hohen Kosten, haben wir die PressCAD Plus entwickelt. Das ist ein absicherliches Modell, das Sie freiwillig abschliessen können und das Sie jedes Jahr wieder verlängern können, dass Sie eigentlich das ganze Leben schützen können von diesen Folgenkosten und wissen, Sie sind bei uns gut aufgehoben, wir operieren sie und sie hat keine private Zusatzkosten. Das Infektrisiko ist immer ein bisschen da, wenn man operiert. Und darum machen wir alles erdenklich Mögliche, um das Risiko so tief wie möglich zu halten. Und so haben wir unseren 10-Punkten-Plan entwickelt. Haben wir sogar verschiedene Steps bei der Herzchirurgie abgeschaut. Sie wollen nämlich bereits fünf Tage vor der Operation an, sich vorzubereiten. Mit einem Duschmittel, nassen Salbe, Mundspülung und zwar geht es darum, dass Sie, wenn möglich, keine Bakterien mehr haben, an der Körperoberfläche, die ins Blut gelangen können. Und dann haben wir weitere Schritte noch während der Operation, die wir immer strikt befolgen. Etwas Wichtiges für Ihre Entscheidung ist schlussendlich Ihr Bauchgefühl. Und das kommen Sie erst über, wenn Sie zu uns vorbeikommen. Sie müssen schauen, wie sieht die Klinik aus, wie kommen Sie aus mit Ihrem Arzt. Und das ist ein Kennenlernen. Und das ist bei uns selbstverständlich kostenlos. Weil wir wollen, dass wenn Sie sich dafür entscheiden, dass Sie wirklich ein gutes Gefühl haben dabei. Bei uns in der LyssenKlinik arbeiten verschiedene Ärzte. Und qualitativ sind wir alle auf dem gleichen Level. Und trotzdem dürfen Sie entscheiden, zu wem Sie wollen. Und bei uns ist es immer so, die Person, die die Beratung macht, die wird auch operieren. Und der gleiche Arzt wird auch die Nachkontrolle machen. Weil es ist wichtig, dass wenn Sie einer Person das Vertrauen schenken, dass sie dann nicht mehr wechseln. Und hinzu kommt noch unsere Erreichbarkeit. 24 Stunden pro Tag sind wir für Sie erreichbar. Ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie immer Ihren behandelnden Arzt direkt kontaktieren. Weil das gibt Sicherheit. Und das finden wir sehr wichtig für Sie. Das Wichtigste, was wir Ihnen bieten wollen, ist die beste Qualität zum fairesten Preis. Und dazu gehört auch die Transparenz. Sie sollen wissen, wie teuer das ist. Bei uns ist alles offen geleitet. Sie finden die Preisliste auf unserer Webseite. Das Leistungsversprechen ist nur ein Grund, warum wir so eine absolut hohe Kundenzufriedenheit haben. Der wahre Grund ist aber, dass wir alles, was wir hier machen, und zwar alle Mitarbeiter, die hier arbeiten, wir schauen alles aus der Kundenbrille an. Wir überlegen uns immer, wie wäre es für Sie am Besten. Und die Kunst ist eben gerade, das individualisiert auf Sie anzupassen. Weil schlussendlich hat jeder Kunde auch wieder andere Bedürfnisse. Und das ist das, wo Sie auch spüren, dass wir individuell auf Sie eingehen. Falls Sie aber noch eine gute Anregung haben, einen Punkt noch, wo wir uns noch verbessern können, sind wir Ihnen dankbar für jedes Feedback. Eine Brustvergrösserung ist ein grosser Entscheid. Einer mit viel Geschichte vorzunehmen, mit einer Zeit, wo man sich schon lange das überlegt und irgendwann kommt es an den Schluss, man will es. Aber wo geht man hin? Man will nicht Katzen im Sack kaufen. Und genau das hat uns bewogen, Ihnen unser Leistungsversprechen zu präsentieren. Ihnen Gründe zu sagen, was Sie bei uns bekommen, damit Sie mit einem guten Gefühl bei uns die Operation machen können und die Gewissheit haben, dass sie am Schluss auch zufrieden bei uns wieder rauslaufen.